recht herzlich willkommen zur 187 folge vom kerbal space program ja da sieht man unser kapsel so schön hier was damit unterwegs ist und jetzt sind wir gerade hier unterwegs und gucken mal wo wir hier sind da sind wir wir sind auf dem weg zu einer der anderen beiden kapseln entweder hier den her der fort und der zweite ist hier aber ich glaube wir sind wir sind auf dem weg zu dem hier meine ich aber das werden wir dann auch wenn noch sehen 16.000 meter und das sind was von der abstand hier das ist ja die höhe okay alles klar jetzt muss man nur gucken das war schauen dass wir jetzt da bis näher kommen der abstand ist ja jetzt 16 und wächst und wächst der abstand wenn das so ist wir sind die hinter kapsel der ist die vorderung der licht zu das bedeutet wir sind hier falsch unterwegs nur das heißt wir müssen definitiv noch unter diesen wegen von ihm na das ist schon mal besser dann wenn er hinzufügen m denn schneiden man dann oder wie ist das das sieht hier auf jeden fall so aus dass wir zweimal schneiden seinen weg und da sehe ich das falsch ich glaube nicht mehr aber jetzt auch warte mal hier rechts das sieht doch super aus hier wenn da das fenster wäre hier super wenn es denn da passt stopp das war zu viel so lassen wir es doch mal oder gut dann sind wir schon an dem punkt wo es eigentlich ist noch besser passt wieder mal schnellstens die 2,3 meter gebrannt so passt und stopp und weg damit und gucken dass wir jetzt da mal hinkommen oder also da sind wir ja unter na ja sieht auch ganz nett aus hier ist noch luft und platz dass man nicht abstürzen ich hoffe gut das bedeutet jetzt müsste es hier dann irgendwo da gleich weniger werden ab da ne so dann mal schneller 17,5 17,7 noch ist der abstand größer nochmal noch eine stufe schneller so und jetzt muss ich irgendwann der punkt erreicht sein wo wir dann aufholen ne ja ist auch so 17,16 15 näher kommen wir grad nicht 14.000 so geht noch ne sieht nur knapp aus ist nicht knapp das geht schneller noch 9000 8000 vorspulen wird jetzt weniger und da ist noch eine perle abscess ne 7000 glaube es kann nicht mehr so schlecht da hinten ne automatisch bayern ist immer gut ja ja 4000 ach das ist die nächste annäherung alles klar ne das ist natürlich hier so das war wir gehen hier wieder außen vor das bedeutet hier sind wir dann so aus ne das war glaube ich zu viel des ganzen ich glaube so ist schon nicht schlecht einmal ausrichten wieder so können wir gleich brennen so wir sind ja sowieso schon vorbei ne so denn noch mal wir wachsen jetzt hier wieder okay da ist nicht stelle und da ganz gefällt mir das hier nicht so immer da landen mal das ist nicht gut das bedeutet wir müssen mal gerade einmal tacken schub geben in vorwärts damit wir da nicht crashen ne das passt gerade nicht wo sind wir da sind war manöver hinzufügen wo ist jetzt die stelle wo wir crashen da aber das war viel zu viel ja kann man doch nicht ausrichten so und und so lassen wir das jetzt hier obwohl ich glaube wir müssen vielleicht noch ein bisschen näher ran und ich glaube sonst sind wir zu weit weg gut denke so ist es schon es läuft ganz gut so min muss für 52 wird aber mehr weil wir noch außen sind wechseln nach vorne gleich weiter so und jetzt kommen wir wieder näher na ja die frage ob wir denn da nicht schon überholen glaube schon ja ja das ist jetzt leider falsch gelaufen wir sind viel zu nah dran das bedeutet wir müssen da hinten da irgendwo ein manöver setzen dass wir hier mal größer werden wieder auf die bahn kommen wo er ist ne ja das könnte schon so passend sein ne ist da eine crash stelle ich glaube da ist eine crash stelle oder ja schnellstens was ändern genau ausrichten ne warum war schon richtig naja so passt es jetzt gleich wir sind das da so ein shit ich glaube wir sollten uns mal gerade beeilen so das haben wir jetzt auf jeden fall schon geschafft crashen tut es wohl nicht mehr aber jetzt müssen wir mal gucken dass wir das ordentlich hinkriegen hier ne der kann weg wir sind jetzt verdammt schnell ja so das liegt daran dass wir jetzt noch mal ein vernünftiges manöver ziehen müssen was wir da hinten irgendwo hinsetzen werden so jetzt sind wir dann erstmal auf dem weg dass wir das so haben ja ich glaube müssen wir noch ein bisschen so arbeiten ne ne das war jetzt falsch so passt es jetzt erstmal da ach so der eier da auch so rum ok dann müssen wir mal schauen ob wir das hier ein bisschen verschieben können ja das wird so vieles gut denke ich und dann da kleiner werden das funktioniert da aber schon nicht mehr weil wir da dann drinnen sind momentan sieht das ganz doof aus so manöver hinzufügen da kleiner werden definitiv bis dahin so wo ist jetzt hier die marke die geht da auf landung oder was ja dann funktioniert das nicht dann können wir das schon wieder löschen dann ist das nämlich die falsche stelle hier oder mit so ist schon hier richtig noch klappt das überall so wie das aussieht aber hier muss es anders sein so wäre es schon mal da gut hier ist es schlecht ich glaube wir müssen das mal so ne sagen wir gerade so ok da ist noch was drin im tank so mal rüber da hin so das sind wir jungen ist da noch gefällt mir das ja nicht da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm So Hier sieht es noch alles gut aus Da auch, ich glaube wir brennen so So, kurz brennen Okay, weg Wir müssen gleich gucken, dass wir hier den noch wieder rauskriegen, weil wir sind hier Hier noch drunter Manöver und hier ein bisschen größer werden Dann machen wir da hinten das größer, das ist schlecht So, ne? Der muss uns ja wieder überholen Das heißt, wir müssen einen längeren Weg machen Vielleicht so Ja, wird schwierig, ne? So ist es nicht Dann ist es eher so Dann vielleicht da Würde ich jetzt mal sagen, machen wir da An der Stelle Aber Das versuchen wir dann in der nächsten Folge wieder Jetzt haben wir den nämlich überholt Das war jetzt falsch in dieser Runde Oder falsch ist was anderes Aber wir haben es jetzt überholt Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn nach außen kommen Und ihn wieder überholen lassen Aber wie gesagt, das korrigieren wir mal in der nächsten Folge Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 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 Tschüss